So, ich bin jetzt kompletter Fisch. Oh ja. Geil. Fisch ins Gesicht gehauen. Kletsch. Sailor Moon. Der Bus hupt. Bitte einsteigen. Henry. Ups. Komischerweise habe ich den Channel gewechselt. Du hast den Channel gewechselt? Du hast eigentlich den Channel gewechselt. Achso. Ne, auf einem anderen Server. Ah. Da gibt es eigentlich immer ordentliche Waffen. von einem gleiter also jetzt wird mich wieder nur der kris wartet so dass ich komme spürt mich auch voll jetzt bin ich gelandet das klingt jetzt auch komplett falsch genau so war es auch gemeint ich habe eine waffe oder nicht drei time for gold laser Piu, piu, piu. Nein! Hilfe! Ich wollte grad reinspielen oder so? Wollt grad was holen. Verdammt. Was? Nein, scheiße! Was? Was? Nein, scheiße! Was? 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 Oh, damit er hier fallen ist. Hm. Womit gefunden. Ich hab was zum Spritzen. Oh, so. Ich komm den Weg nach oben. Boah, komm ich hier wieder hoch? Verdammt. Oh, die. Hallo. Oh, ich hab den Lodi an. Who the hell? Oh, ich hab den Millennium. Ich hab dran. Okay, da war ich noch mal. ich sehe den namen gar nicht alter über den wolken in der coralle als gleiter dort der suche nach dem porsche die tankstelle wurde hoch gehalten in anderen das war niesen das war niesen du musst es raus lassen das gefährlich ich habe sie rausgelassen ein schandteil macht platz muss mir ja nicht auf die palle und michel hat mir meinen geklaut Niemals. Sag niemals nie. Okay, jetzt geht ihr das nächste Klauen. Ach scheiße. Ich habe nur mit polnischen Leuten zu tun, was? Okay. Alter, mein Auto. Was machst du, Auto? Dein Auto. Das hat sich hier gerade überschlagen, obwohl es stand. Das kann man auch falsch verstehen, was? Nein. Nein. War so nicht geplant. Nein, steige nicht. Bin drin. Herr Maeve, hast dein Auto wieder? Das Auto, was ich nicht mehr haben will. Das ist ja jetzt ein Buß. Mhm. Reiben die sich denn rum? Hm. Gar keinen getroffen, ne? Oh, hier. Geschützturm. Beautiful. Oh, geil. Offroad. Gut. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ah, da ist ein Eisauto. Hm. Fuck. Scheint jemand zu sein. Links von uns. Oh, ich will. Mhm. Die Parkstelle. Ja. Was ich mal streamen wollte, war Helldivers. Ja. Das gibt's aber nicht für Xbox. Hm, leider. Nicht? Nö. Aber für die PS gibt es, was ich gesehen habe. Ja, ja. Ist ja ein Playstation spielen. Ich habe noch eine Playstation? Äh, ich habe noch hier eine zweite rumliegen. Hm. Das einzige, was ich habe, ist eine Playstation 3, ja. Ich habe eine 4 Pro, die kaputt ist. Ich habe noch hier eine 5er, die ich rumliegen habe. Oh, schick sie mir zu. Uh. Das wäre doch mal eine Donation. Ha, ha, ha. Habe ich mit dir geredet, Michel? Ha, ha, ha. Dann können wir zusammen Helldivers zucken. Du hast ja einen PC, also wieso sollte ich dir auch einen PS5 zuschicken. das passt in meine schon die konsolensammlung ja, ich höre Wendt, ja Visualize to Zeiss Wegen? Nusserf, äh, Nusserf, äh, Nusserf, Nusserf Ah, verdammt Ach, du willst mich da verarschen Jetzt habe ich auch noch zwei von euch hochholen Ja, lieber hochholen wie runterholen Bitte Ich sage nur Ich darf nur bitten hier Kontenents gelten hier Die Hammerpump können Also, dass ich die Hammerbinden weiß ich, äh, was So, halt, jetzt müssen wir erstmal hier Energy tanken Jetzt habe ich La Crown Also, ich kann es halten, das macht mich glücklich Snipen ist gut Halt, macht 414 Schaden gegen Fahrzeuge Ui Oh, Toffel Trink, hast recht Da kommt auch eine Kaffeetasse dafür Ja, genau Genau, Maverick Ich schicke dir eine Tasse, du schickst mir die PS5 Sehr unfaires Angebot Für wen? Ja, würde sich auch nicht rendieren Äh, für mich wäre es ein interesseres Angebot Ja, da kann man so oder so sehen Boah, die Süder war mächtig Achso, ne Das ist ein Minusgeschrift Für Maverick Genau Wenn, dann will ich, äh, was, äh, für mich, äh, zumindest emotional mir, bringt, wie, äh, wie ein Huhr Ich kann dir ein Kissen schicken Kannst du kuscheln Weißt du, womit du mich kannst? Was denn? Ne, äh, ich ändere mich was, äh, vernünftiges Also nicht nur so Ein Kissen oder ein, äh, oder eine Tasse Ich hab, ich hab auch ne, ne Kuscheldecke im Shop Also Kuscheldecke und Kissen Was willst du mehr? Alles, was ein Streamer braucht Da hinten ist ein Gegner Ja, irgendwo, aber wo? Ich bin ja am gucken, aber Äh, ich höre was Äh, da, wo, äh, von dieser Richtung möge du Kammer hinein Ja, ne, das Ding Ach, da war einer Ach, verdammt Okay, den hab ich gleich glatt gemacht Und diese Dreckskarre kann nicht mal auf der Straße bleiben Mhm Jetzt ist das Portal liegt Wegen den scheiß Gegnern Ah! Wie fährst du denn? Hehehehe Tag, dass dem, äh, Nückenhaut Ordnung Hehehehe Lauf nach Richtung Zone was hat er denn bildung wird also oder meinst du keinen führerschein danke du hast mich überfahren das ist gelungen doch ich bin geflogen wie weit ich glaube uns allen ist nicht mehr zu helfen nur noch einen schluck hier ich habe deine bestellte tasse in den shop gepackt und viele viele andere dinge ich glaube 27 produkte sind es jetzt ungefähr also ich habe keinen zu da sind weder nur die verstörungstheoretiker hinter sind wieder die lügner moin mir ein wunderschönen guten abend na alles gut was macht das wohl befinden ich bin nur mit dem controller nicht so gut wie mit der tastatur ich mag gerade die altbewährte taktik einfach umstehen und warten schon gut eingelaufen hast du ja sonst nichts anderes du befindest dich sehr wohl das wollte mir das wollte ich ja aber mir auch alles in ordnung ich habe jetzt eine woche urlaub sehr geil habe ich gestern schon acht stunden hingehockt und habe den den im shop ein paar teile hinzugefügt heute morgen beim vater gewesen meine winterreifen drauf gezogen endlich mal geht vorwärts dann gibt es nur gegen das wäre schön alter im moment also hier im raum sind 27,5 grad ungefähr und schwül wie die sau von mir aus kann das die ganze woche regnen das ist mir recht außer morgen morgen ähm bringe ich das auto ähm zur inspektion ging heute das lämpchen an ich weiß zwar noch nicht wie ich es bezahlen soll aber Hauptsache es ist gemacht der Rest regelt die Polizei ja Bikinis im shop voll geil oder Bikini, Badeanzüge auch für Männer Badeshorts ich finde die Turnschuhe geil hast du jetzt auch Tanklas drin ja nicht ganz ne die war nicht dabei die war nicht dabei hehehe aber voll die coolen coolen Sachen da gab es auch noch Schmuck den man machen konnte ne Ohrringe und Ringe für die Finger und Ketten und so weiter aber da muss man mindestens 500 Stück ähm kaufen das kann ich nicht ne das ist ein bisschen viel ja die Sporttasche ist auch cool ne ja ich finde die nice da habe ich ewig dran gehockt in der Sporttasche also es ist ja nicht nur dass da Sachen drauf stehen auch das ganze Design das Ding war einfach nur weiß ne den Rest habe ich gemacht wie bei fast allen Sachen ne die waren einfach nur weiß und ich habe dann die ganzen Dinger da drauf geballert ach lauter hast ja noch die Videos auf deiner Website ja ja das ist ähm so die zwölf aktuellsten Videos werden angezeigt von YouTube unten dann auch noch Instagram also 10% wenn man äh Twitch da lässt ja genau genau Abonnenten kriegen 10% Rabatt finde ich geil dass man das einstellen kann ich muss dann noch wenn man länger darf ja halt auch 10% dann ne jetzt fehlt noch ein Biercook oder so im Shop ja das stimmt also ich habe ein Glas habe ich reingemacht in Dosenform ähm sogar wenn man will mit Deckel und ähm Strohhalm aus Eisen dann ähm so ein Coffee to go Becher aus Aluminium ähm zwei Tassen also zwei äh zwei äh zwei äh zwei äh Gläser hast du drinnen ne ja ein Glas in zwei Varianten oder sind das äh ist das ein Glas mit zwei Varianten die hier gezeigt werden ja du kannst einmal ohne Deckel und Strohhalm und einmal mit Deckel und Strohhalm macht glaube ich ein Dollar Unterschied oder so äh weil äh bei mir zeigt das hier zwei an die 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 vier Dollar äh für ihre Unterschied äh zeigen vier Euro ja sind das dieselben Gläser ne hallo komplett unterschiedlich ah ok dann habe ich noch was gemacht hi Luis hi na alles gut ist das Luis ja das ist Luis ja das ist Luis aber Indus äh Bierkrug war leider nicht dabei ich hoffe dass sowas noch dazu kommt da habe ich nämlich auch Bock drauf so einen halben Liter Krug oder so das wäre schon cool ein Cap ein Cap äh ein Base Cap dann noch ein Sweatshirt und dann sonst noch T-Shirt Michael bitte streamst du grad ob ich was mache weißt du stream ja ja stream ist an ok auch gut ein Merch Hochzeitskleid auf Bestellung ja das wäre es das wäre es sehr teuer aber so ein T-Shirt Dress ist dabei also so ein langes T-Shirt was man als Kleid anziehen kann ist auch cool ich ruste meine Diamantspitze raus ja